Es ist die Zeit der sogenannten Great Resignation. Vielleicht hast du den Begriff schon gehört. Momentan kündigen wahnsinnig viele Menschen ihre Stelle. Das ist zunächst mal in den USA aufgefallen, das betrifft aber mittlerweile auch Europa und Deutschland. Und das Interessante daran ist, dass ziemlich viele Menschen mittlerweile sich trauen, ihre Jobs zu kündigen, obwohl sie noch gar keine neue, sichere Stelle haben. Ich möchte gar nicht so sehr darauf eingehen, warum das passiert, sondern ich möchte dir heute nochmal eine neue Perspektive auf das Thema Kündigungen geben, insofern, dass wir aus dem Kündigen von Kolleginnen und Kollegen, von Mitarbeitern, dass wir daraus unglaublich viel lernen können. Und ich erlebe ganz häufig, dass diese Möglichkeit des Lernens über die eigene Organisation, dass die nicht wahrgenommen wird und das finde ich wahnsinnig schade. Es lohnt sich immer genau hinzusehen, warum Menschen gehen. Welche Motivation haben sie, die Tür hinter sich zuzumachen? Und grundsätzlich gibt es da erstmal ja zwei Möglichkeiten. Es gibt das ganz Offizielle, das sogenannte Exit-Interview. Das wird in der Regel von der Personalabteilung durchgeführt. In vielen Organisationen wird es tatsächlich nicht durchgeführt, was ich extrem schade finde. Aber selbst wenn es das gibt und es betrifft eine Kollegin oder einen Kollegen von dich oder vielleicht auch einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von dir, weil du Führungskraft bist, dann solltest du auf jeden Fall nicht nur auf dieses Exit-Interview der Personalabteilung setzen, sondern du solltest dich auch selber mit dem Menschen unter vier Augen unterhalten, der da geht. Meistens sind es irgendwelche, ich nenne das mal Wundenpunkte, die mit einer Kündigung zu tun haben. Und es ist für dich, wenn du in dieser Organisation verbleibst, total wichtig, diese Wundenpunkte zu kennen. Denn wenn du da bleibst, dann hast du ja vielleicht auch die Möglichkeit, an diesen Wundenpunkten etwas zu verändern. Und wenn du gar nicht weißt, warum jemand geht, na dann entgeht dir halt diese wichtige Möglichkeit. Wenn du Führungskraft bist, dann würde ich nicht nur sagen, es entgeht dir eine Möglichkeit, sondern eigentlich vernachlässigst du auch eine Pflicht. Denn als Führungskraft in einer Organisation ist es natürlich auch deine Aufgabe, für eine gute, für eine gelungene Zusammenarbeit zu sorgen. Also als Führungskraft hast du meiner Meinung nach die Pflicht herauszufinden, warum jemand die Organisation verlässt. Der Grund Nummer eins, warum Menschen gehen, das ist sogar statistisch ziemlich eindeutig nachgewiesen, ist der direkte Vorgesetzte oder die direkte Vorgesetzte. Wenn du das selber bist, wenn jemand von deinen Mitarbeitenden geht und du hast auch nur den Hauch einer, naja, Idee oder vielleicht so ein ganz ungutes Gefühl, dass es an dir liegen könnte, dann solltest du das ernst nehmen, dann solltest du den Dingen auf den Grund gehen. Und vielleicht solltest du mal um ein Coaching bitten oder an deiner Persönlichkeitsentwicklung arbeiten, um zu gucken, dass dir das nicht mit noch einem und noch einem Mitarbeitenden passiert. Wenn es in deinem Umfeld passiert, wenn es nicht direkt du bist als Chef oder Chefin, sondern vielleicht dein Vorgesetzter oder ein Vorgesetzter aus einem anderen Bereich, auch da kannst du ja mal Einfluss nehmen und mal versuchen, jemanden zu einer Veränderung zu bewegen, zu einem Coaching bewegen und einfach nochmal gucken, was hast du für Einflussmöglichkeiten, um die Kultur, um die Zusammenarbeit in deiner Organisation zu verändern und mehr Feedback in die Organisation zu geben. Ein weiterer Grund, warum Menschen gehen, sind schlechte Prozesse. Wer sehr effizient ist, wer es wirklich mag, gut, effizient, strukturiert, logisch zu arbeiten, der wird wahnsinnig, wenn in der Organisation keine Prozesse da sind, wenn nichts funktioniert. Und auch das solltest du wissen, wenn du in der Organisation bleibst, weil vielleicht kannst du ja an der Prozesslandschaft und auch an der Einhaltung von Prozessen mitwirken und daran was verändern. Ein weiterer Grund, warum Menschen gehen, sind keine Karrieremöglichkeiten. Also, wenn ich das Gefühl habe, ja super, wir haben eine flache Hierarchie, aber das bedeutet auch, dass ich gar nicht wirklich weiterkommen kann und aufsteigen kann, dann ist das für manche Menschen ein Kündigungsgrund. Wenn das so ist, dann solltest du auch das wissen, wenn du in der Organisation verbleibst, weil vielleicht ist es auch ein Grund, der dich irgendwann aus dieser Organisation raustreibt, vielleicht ist es aber auch etwas, was dir einfach nochmal eine Reflexionsfläche bietet. Wie wichtig ist mir Karriere? Wie wichtig ist mir Aufstieg? Bin ich da so, ja, ich sag mal, getaktet oder unterwegs wie die Person, die jetzt die Organisation verlassen hat? Also auch das ist interessant für dich zu wissen. Naja, und dann gibt es noch einen weiteren Grund, warum Menschen gehen. Das muss nicht immer nur der schwierige Chef sein. Das können auch toxische Kolleginnen und Kollegen sein. Und wiederum, wenn es dich betrifft, wenn du in der Selbstreflexion, irgendwie wahrnimmst, dass mit deinem Verhalten was nicht in Ordnung ist, dann hast du natürlich die Möglichkeit, was daran zu tun. Wenn es in deinem Umfeld ist, dann hast du vielleicht auch die Möglichkeit, ja, daran mitzuwirken, dass eine toxische Person vielleicht sich in irgendeiner Art und Weise entwickelt oder verändert. Es unversucht zu lassen, ist immer die schlechteste Variante. Dieses, ja, da kann ich ja sowieso nichts machen, das höre ich natürlich gerade in meiner Coachingpraxis ganz, ganz häufig. Und ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass wir immer viel mehr Möglichkeiten haben, wenn wir uns ein bisschen was zutrauen und natürlich auch erst mal das Wissen verschaffen, worum geht es denn. Ein weiterer Grund, warum Menschen gehen, sind schlechte Produkte. Also einfach keine gute Zukunftsaussicht für das Unternehmen, weil die Produkte nichts sind, weil die Kunden unzufrieden sind. Und das ist auch wichtig zu wissen, A, weil das vielleicht wirklich die Überlebensfähigkeit der Organisation ja beeinträchtigt und B, weil das dann auch für dich ein guter Grund sein könnte, diesem Unternehmen womöglich irgendwann den Rücken zu kehren. Ja, und last but not least, dann gibt es noch einen Grund, warum Menschen Organisationen verlassen. Und das ist so, ich überschreibe das mal gerne mit der Überschrift, politische Spielchen. Wenn in einer Organisation wahnsinnig viel gemauschelt wird, wenn lauter Politik im Spiel ist, wenn es so dicke Seilschaften gibt, wenn nichts wirklich logisch und strukturiert, sondern alles so nach Politik und nach Beziehungen läuft und wenn das die Organisation, ich sage einfach mal, fast schon mafiös durchtränkt hat und du erfährst das durch die Kündigung eines Kollegen oder einer Kollegin, dann ist das ein Warnzeichen auch für dich. Organisationen, die sehr, sehr politisch durchzogen sind, die sind auf lange Sicht meistens nicht besonders gesund für die Menschen, die da arbeiten und auch da solltest du diese Entscheidung deines Kollegen oder deiner Kollegin zum Anlass nehmen, dich selber nochmal zu fragen, bin ich hier eigentlich wirklich gut aufgehoben. Es ist oft traurig, sich von liebgewonnenen Kolleginnen und Kollegen zu verabschieden und sie weggehen zu sehen. Es ist aber immer ein Moment, der uns die Möglichkeit bietet, innezuhalten und uns selber zu fragen, bin ich denn hier noch richtig? Ist das denn für mich hier noch der Ort, an dem ich sein möchte? Weil in der Regel gehen Menschen nicht besonders leichtfertig, sondern sie machen sich da schon eine ganze Reihe von Gedanken. Und insofern rate ich immer dazu, wenn du hörst, wenn du mitbekommst, dass Menschen, die du gut kennst, deine Organisation verlassen, dann sprich mit ihnen, finde heraus, was ist ihre Motivation, was sind ihre Beweggründe und nutze dieses Wissen auch für dich. Du kannst eine Menge da rausholen. Du kannst eine Menge da rauszun.